Mein Name ist Holger Wulschner. Ich bin seit knapp zehn Jahren DKB-Teamathlet. Ich bin sehr stolz, das zu sein und auch über die Verbindung mit der DKB sehr dankbar. Der Skipper, 14-jähriger Hannoveraner Stolzenberg-Sohn, den habe ich jetzt seit vier Jahren. Das war ein mühsamer Weg bis hierher, hat erst nicht so mit uns funktioniert. Jetzt bin ich sehr froh, dass ich ihn habe. Er will wirklich vor sich springen, wenn er sich konzentriert. Das ist ein richtig tolles Pferd. Ich hatte durch meinen Opa schon immer Liebe zu den Pferden, die mir in der Wiege mitgelegt wurden. So habe ich dann irgendwie an dem Reitschort immer festgehalten, hatte immer Spaß daran. Das habe ich dann zu meinem Beruf gemacht und das bereue ich eigentlich keine Stunde heute. Bis zum nächsten Mal.